Herzlich Willkommen bei Psyon Park Video, dem Mobile Kanal von JEPCOM Networks hier auf YouTube. Hallo meine Lieben, wie fangen wir es am besten an? Am besten, denke ich mal, beginnen wir mit ein paar Grüßen. Ein paar Grüßen? Wo haben wir es denn hier? Zur Gruppe und zwar... Na? Kommt's oder kommt's nicht? Zur Gruppe, du kommst aus dem Eichsfeld. Wenn. Da gibt es viele Antworten. Wann kommt man aus dem Eichsfeld? Ich selbst, Sauerländer, hier zugezogen, komme schon aus dem Eichsfeld, wenn ich in die Heimat fahre und die Leute mich fragen, Hey Johnny, wo kommst du denn her? Dann sage ich, aus dem Eichsfeld. Entspricht schon der Wahrheit und schon sind wir eigentlich im Thema. Ich weiß noch von früher, dass es hier einst mal ein Eichsfelder Kanal gab, ein TV-Kanal und der hieß dann OKE, Offener Kanal Eichsfeld. Zumindest ist der mir so bekannt und diesen Kanal gibt es leider nicht mehr. Das hat sich irgendwie aufgelöst aus irgendwelchen Gründen und der eine oder andere wird vielleicht den Sender gerne mal verfolgt haben. Ich selbst habe da zwischendurch, wenn ich den mal gesehen habe, immer wieder festgestellt, dass da ziemlich viel im Leerlauf war. Hier über das Internet haben wir da wesentlich mehr Möglichkeiten. Und ich denke mal, dass wir zumindest eine Möglichkeit haben, sowas in der Richtung hier auf YouTube wieder zu machen. Und vielleicht, und da hoffe ich auf ein klein bisschen Beteiligung von eurer Seite, dass wir sowas in der Richtung vielleicht mal wieder machen können. Denn von der Grundidee fand ich es eine tolle Sache. Würde dann auch sehr gut zu diesem Kanal passen. Wenn, du kommst aus dem Eichsfeld, wenn, und da hätten wir viele Beiträge und vielleicht auch das ein oder andere Video. Vielleicht hat jemand Fotos oder Berichte von früher und da könnte man sich dann mal unterhalten, ein kleines Filmchen drüber machen. Oder über das ein oder andere Fest oder der ein oder andere hat über ein Fest ein kleines Video, könnte man dann drüber sprechen, ein bisschen was zusammenschneiden. Und hier für alle so ein bisschen zur Verfügung stellen. Ich denke mal, das könnte eine interessante Sache werden. Mich würde jetzt interessieren, was ihr davon haltet. Denn wie das jetzt genau aussehen soll, weiß ich noch nicht. Ich habe so eine ungefähr grobe Vorstellung. Allerdings möchte ich auch, dass sich da der Rest hier aus der Gruppe dann auch so ein bisschen mit Ideen daran beteiligt. Vielleicht kriegen wir ja zusammen da was Tolles zustande. Ja, das zudem. Ein weiteres Thema, was mir da einfällt, wäre anleitungsweise die Polizeiwache oder Inspektion in Wurbes. Die hat man jetzt aufgelöst und die aufgelöste Polizeiinspektion, die hat, denke ich, zumindest so stellt es sich mir so dar, nicht nur unbedingt positive Seiten. Denn seit der kompletten Auflösung der Polizeiinspektion in Wurbes hatten sich diverse Einbrüche gehäuft. Sowohl in Wurbes am Rottersberg, in Leinefelde, Zigarettenautomaten, die so rausgerissen werden. Jetzt kürzlich auch hier am V-Markt in der Heiligenstädter Straße mit einem Bagger komplett rausgerissen. Die meisten werden es schon gehört haben, sowas spricht sich ja immer schnell rum. Das sind natürlich Sachen, wo ich denke, dass sich das nicht gerade zum Besten entwickelt. Und ob das so klug war, da jetzt die Polizeiinspektion komplett nach Heiligenstadt zu verlegen. Ich weiß es nicht, aber ich habe den Eindruck, als wenn sich da die Sachen häufen. Dann, was sowas auch begünstigt sind, natürlich dann auch Dinge, die sowas begünstigen. Dazu gehören zum Beispiel in Ortschaften komplett die Straßenbeleuchtung auszuschalten. Das haben wir zum Beispiel in Gernrode. Da weiß ich es und ich habe es jetzt neulich auch in ein paar anderen Orten festgestellt. Ich halte das auch nicht für so eine besonders gute Idee. Zumindest an Kreuzungen, Knotenpunkten und so weiter sollte man dann doch irgendwie ein bisschen anlassen. Oder zur Einfahrt ins Dorf oder zur Ausfahrt irgendwie so, dass man da so eine Art Notbeleuchtung macht oder jede zweite oder dritte Laterne. Ich denke mal, wenn da komplett alles im Dunkeln ist, das könnte vielleicht auch für den einen oder anderen wieder einladend sein, was dann für Bewohner, Firmen und so weiter, die dann von Einbrüchen und so weiter dann behelligt werden oder involviert werden, dann auch nicht gerade besonders toll ist. Und zumal es dann auch die Lebensqualität dann auch irgendwo ein bisschen beeinträchtigt, finde ich. Denn so richtig wohl fühlt man sich dann nicht und es macht ja auch so ein bisschen Sorge. Aber wie gesagt, das ist so eine Sache, die hat sich mir so geschildert. Was ihr davon haltet, würde mich interessieren. Ja, gehen wir einfach mal zurück und schauen uns doch mal abschließenderweise das Wetter an. Hier, Leinefelde-Worbis, heute am Sonntag, den 16. März 2014. Das erinnern wir später. So, heute haben wir leichten Regen, 8 Grad, bei gefühlten 4. Das ist jetzt der aktuelle Status. Vielleicht ändert sich da noch was. Wir gucken einmal schnell nach. Wetter wird aktualisiert. Das geht alles über Mobiltelefone. Ist eine tolle Sache, wie ich finde. Und ja, es bleibt ungefähr dabei, gefühlt 4 Grad. Warum gefühlt? Der Wind, der zieht natürlich einiges mit sich. Und durch den Wind fühlt sich halt die ganze Temperatur so ein bisschen kühler an. Wind, wir sehen es auch hier, 7,2 Meter pro Sekunde, sprich 16 Meilen pro Stunde, Windrichtung aus Westen, Luftfeuchtigkeit 93 Prozent. Das klingt nach sehr viel Regen oder zumindest nach einer sehr hohen Regenwahrscheinlichkeit. Sonnenaufgang, der hat bereits stattgefunden. Sonnenuntergang für heute Abend, 18.24 Uhr. Wenn da die Wolken so ein bisschen tief hängen, dann kann das mitunter schon deutlich früher beginnen. Und da kann es dann durchaus sein, dass das dann eine halbe Stunde, Stunde schon dunkel ist, weil die Sonne dann einfach nicht mehr durch die Wolken kommt. Wie sieht es aus? Montag, Dienstag, Mittwoch eigentlich auch nicht viel besser. Höchsttemperaturen liegen Montag bei 9, Dienstag 12 und Mittwoch bei 10 Grad. Donnerstag sieht es zumindest so aus, als wenn es ein bisschen besser werden würde. Bis zu 15 Grad bekommen wir da. Müssen allerdings gucken, dass dann auch die Tiefstemperaturen bis auf 2 Grad runterfallen können. Das sind dann auch schon mal große Schwankungen. Und das deutet noch nicht auf eine längerfristige Wetterverbesserung da. Zumal wir ja dann auch noch den April vor uns haben. Und der macht ja bekanntlich, was er will. Gut, das soll es bis hierher erst mal gewesen sein. Hier von Psyon Park Video. Wie gesagt, es würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Und einfach die Kommentare posten, ob jetzt hier bei Facebook oder auf YouTube selbst. Ich will vielleicht noch mal darauf hinweisen, für diejenigen, die es nicht wissen, ich schaue hier einfach mal nochmal kurz rein. Auf Facebook, der eine oder andere wird es nicht wissen. Aber über facebook.com schräger Psyon Park Video kommt ihr dann hier auch auf die Seite, die unseren YouTube-Kanal unter anderem mit begleitet. Und da gibt es dann auch schon mal die ein oder andere diverse Meldungen zu dem Thema Mobile und Smartphones und Tablets. Man kann das ja beliebig erweitern. Und Ideen habe ich viele. Die ein oder andere zu verwirklichen, kommt immer darauf an, wie es angenommen wird. Und wie gesagt, ich denke mal, da besteht durchaus Möglichkeit, da irgendwie was auf den Weg zu bringen. Und ich bin gespannt über eure Kommentare. Und würde sagen, belassen wir es dabei. Erst mal bis dahin. Gebt euch wohl. Macht's gut. Euer John von Psyon Park Video aus Leinefelde. Wobbes.